wird meine aufnahme läuft immer noch weiter ja so laufen lassen ist doch bescheuert soll den zu lösen jetzt ausgewählt nehmen geht es bei dir ich wechsle gerade die richtung ach so entgegengesetzt ja ich muss gerade entgegengesetzt denken aber das ist mir gerade scheißegal also zoller bist du ficker nein das ist nicht wahr ich dachte er schießt die ganze zeit schon ist das normal ist das ein ficker das ist ein save habe ich so mies gesetzner ja aber so lange schaffst du hast du kommen jetzt noch mal wenn du verdreht rumspielst du kannst dich richtig rennen der ist irgendwie slow slow mo schützt doch bitte ab vielleicht liegt das auch an dieser gillee masse ja klar liegt das an der gillee masse dass du slow mo bist ja liegt liegt auch daran das weiß ich ja aber ich weiß nicht wie man es schaffen kann dass man keinen getroffen wird man zwischenspringen ja aber dann muss ja sofort wieder aber das kann ich nicht ja zu spät zu spät würde ich sagen vor allem mitten in der aufnahme du bist ein jude nein schlag mich nicht was soll deine eigene dumme bin ich jetzt gerade 1 auf über alle drei drüber gekommen ja wie habe ich das jetzt geschafft auch man und ich habe das wort mit j gesagt und oder na das ist zugesagt ich habe gute gesagt naja und die mehrzahl ist duden nö kauf gern einen duden zwei duden drei duden vier duden mehrzahl von kaktus ja konzentrieren hier was mit kaktus äh mehrzahl kaktus nein kaktin ne kaktus steht auch im juden ich wollte gerade sagen im juden ich wollte gerade sagen steht auch im juden ah fick dich doch hafa nein ach man habe ich nicht irgendwas zum werfen hier nein deine puppen fehlt außerdem das würde ich nicht sagen centros die das tippchen habe ich neben mir stehen aber aber bei was ne keine ahnung was war nein 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 du bist ein ficker also ein ficker wie du flash kugel kommt nee jetzt kommt kugel gleich ne ja ich weiß auch nicht warum er so nah kam weil du zu nah dran stand deswegen jetzt kommt auch viel zu nah wieder doch nicht jetzt aber dieser wo sie dass der da startet macht ich dachte er kommt vorher etwas was ich hinter dem bin Latino komm es ist doch nun noch dieses eine pizz Disease das kann doch nicht sein blöcher ja ich weiß bälcher hat scheiße im tuch Oh, das ist doch nicht wahr, ey Kannst du dann sagen, warum ich das nicht schaffe? Machst du eigentlich dann das Let's Play weiter? So alleine? Deine Oma macht das weiter dann Oder ich fang von neu an Nee Ich fang alle Level nochmal von vorne an Ist ja auch mal was, ne? Dass ich so richtig sozial bin zu dir, dass du das auch schaffen musst So richtig asozial Oh, oh, Platz 5 Platz Absturz Warte, schafft das jetzt Ja, ja Spring, spring, spring Ich bin dir grad so richtig dankbar, ne? Halt die Fresse Eigentlich bin ich dir richtig dankbar dafür Oh, der Potserich hat's geschafft Boah, der Anzug, ne? Das kann nicht wahr sein Ich hab die doch dahin geworfen Nein, hast du nicht Will er mich jetzt verarschen, der Krokodok oder wat? Boah, ist der Krokodok, Krokodok, hey mal dieser Krokodok Es fliegt dir gleich noch was in den Raum Es kann nur ne volle Schweppesflasche sein Ja Platz der Was für alles Das ist ja behindert, wie gesagt Ich kann das Püppchen ja noch nicht so viel schütteln, das ist voll laut Hat die sonst auch nicht gestört Ich hab ja Mitgefühl Ich bin sentimental Ach, ne, das sind Sachen, die ich jetzt aufzähl, wo die ich gar nicht bin Hm Hm, nein, da fällt mir nichts ein Ich bin sozial Asozial Nein, ich lass dich am Endgegner teilhaben Hallo, kannst du mal bitte laden? Du musst das Gefühl Guck mal, du bist jetzt das Gefühl Du machst jetzt die gleichen Tastenbewegungen, als wenn du beim Gegner wärst Halt die Fress Guck mal, was würdest du jetzt machen? Würdest du hier so drüber springen und so Und in den Chat reingucken Weißt du Chat? Ich lese ganz klar den Chat von Kronkh mit Okay Oder ich guck da nur rein Wir haben es schon durch Fragen Backwurst Centus Ich reg mich auf Ja, Pech Können wir das Spiel nicht beenden? Nö Oh Mann Ich kack ja gleich auf den Tisch Mach das Mit keinem an, bitte Boah, ich schicke dir das Bild Ich mach dem Video davon Och Mann Komm schon Wolfgang Ich hasse dich, wenn du das schaffst, ne? Das weißt du, ne? Bin ich hoffen Das hast du extra gemacht Nein, hab ich nicht Och Mann Oh, schlägt Oh Honk, 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 honk Ja Wom kommt der denn da hin? Welche Erfindung hat dieses Spiel eigentlich irgendjemanden gegeben? Den Endgegner so kacke zu machen Ja Der erste ist ja schon scheiße Aber der? Der ist super kacke Ja doch Viel zu einfach Ne, der dritte ist einfach Och Mann Och Mann Ich krieg mir doch nur vorgeführt in diesem Spiel Ja, musst du auch Fünf Komm, wo ist denn immer fünf? Da nicht Centus Ich kriegst du Spiegel drückt und dann springt er natürlich nicht mehr Ja, zah Zah Ah Ah Ah, gut Nein Ich spiebe extra Och, das ist doch nicht wahr Ich spiel den Endgegner nachher alleine Nein Ich halte nicht für Fotos Dann schreibe ich da extra in Singleplayer Hm, ist klar Du musst aber doppelt machen Ist mir egal Ich hab dann geschafft Nein Doch Doch, doch Nein Du weißt nichts davon Hm Ich werd das so gut da reinschneiden Naja Man hörte nicht, dass es unser Film sagt, ne? Ja, ich tu dir den Ton ja rausfiltern Äh, deine Oma, das schaffst du doch Bist du doch jetzt zum Film dazu Näh Ich weiß wie das mit dem Ton rausfiltern geht Nein, weißt du gar nicht Doch Nein Ich kann so gut sein, wenn ich in der Zeit lade das Spiel Dieses hier Naja So zu tun, als ob ich jetzt einen Singleplayer spiele Oder einen Singleplayer spiele Ja, ja Genau an der Stelle gespeichert habe, weil ich ein guter Mensch bin Naja Vielleicht auch so speichern sollte ich schon mal Vielleicht, ja Haber da Aber da Du Gehst immer so hin, dass er nicht das kriegt Was Behindert Die hat er sogar geschluckt Ja Aber da Aber der muss ja noch vorher schießen dann Ja Naja, der muss schießen und dann muss er flach liegen Flach, die alte Krokosaun Ach man, das ist doch Das zweifelt jetzt noch an dieses Ding Das ist eigentlich Michael Schumacher Oder wie Frettl Oder Röpsi Ist auch ein guter Rennfahrer, der hat seinen eigenen Biosprit mit Und jetzt sogar extra Dann so Cheater 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 Schafft er das auch noch mal immer 88 immer an der stelle manche leute sind echt böse dass gerade jemand in grong stream 100 euro gespendet ja top die wette gilt ja normal taucht er eigentlich der andere seite auf komm du erst mal dahin mensch nein das hast du nicht gerade schon wieder gesagt ich sag ja nur das bild aus dem das eine mal geschickt habe mit mario ja mario ist ein rassist das weiß jeder doch man ich mal gerade schon penis auf meine auf meinem blog meh meh nein 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 Vielen Dank.